Der universelle Kugelgelenkausdrücker arbeitet mit auswechselbaren Gabeln und wie das funktioniert schauen wir uns jetzt mal an. Die mitgelieferten Backenbreiten betragen 20, 22, 24, 27 und 30 Millimeter. Der Abzieher lässt sich im vorderen Bereich einstellen. Somit wird gewährleistet, dass immer ein paralleler Abstand ist zu meinem Bauteil und der maximale Abstand beträgt 125 Millimeter. Das Auswechseln der Backen geschieht werkzeuglos. Es ist eine Federrastfunktion. Einfach die Backe heraus klicken und die gewünschte Größe einsetzen. Geliefert wird alles im stabilen Kunststoffkoffer. Somit ist noch alles sicher verstaut.